Auch die größten Namen, die Nummer 10. Das ist Ramsey, in Italien auch eingewechselt. Einer von den vielen, die nur eingewechselt wurden, hat er siebenmal gewechselt. Der Mann von Everton. So, jetzt wird es gefährlich. Geschützt, also das ist so körperlich. Da weißt du schon nach einer Saison, was du gemacht hast. Und da ist das Tor gefallen. Und das ist Balogun. Eine Chance hat er und macht es. Direkt das Tor. Vor der Rehn, Balogun. Was Toni Di Salvo schon vorher... So, die haben jetzt ein bisschen das Momentum für sich hier. Erinnert mich ein bisschen an die Anfangsphase gegen... Nicht gesehen. Kann mir vorstellen, dass der auch weichen muss. Auch mal abschirmen kann der Mann von Union. Genau das. Der hat Körperlichkeit, eine körperliche Präsenz. Und das wollte ich gerade sagen. Er kann den Ball auch mal halten. Und die anderen Spieler können ja nachrücken. Also, der lehrt, der überall zu finden ist. Gordon, der auftritt. Niederlage gegen die Engländer. Ja, dicker Patzer dahinten. Und da war Atobolo noch dran. Bei diesem Schuss von Balogun. Ramsey. Gescheiter Pass. Balogun. Ich hab 100% gedacht, dass der dritt ist. Ja, sah von hier oben so aus. Zum Glück aus deutscher Sicht ist das nicht. Aber wie gefährlich sind diese... In vielen Phasen, was diese... Richtigerweise sagt es von der Ausstrahlung her. Da haben wir ihn. Er hätte ja auch einfach den Körper reinstellen können und versuchen können, den Ball anderweitig zu klären. Der Mann von Startrennen. Müssen die schnellen Außenspieler in die Tiefe. Leergeld ist, glaube ich, unzähl mal. Und ich glaube, bei Max ist... Jan Thielmann.